Ich meine, wenigstens habe ich mir heute noch nicht das Bein verstaucht. Willst du nicht schnell den Händler machen, um das Fahrrad zu kriegen? Kriegt man das immer noch? Ich war der Meinung, das kriegt man nicht mehr. So, ist er. Ich sehe den schon. Jetzt gucken wir ihn hier auch nochmal eben rein. Manchmal ist da ja auch was drin. Kleiner Stein. Ganz wichtigstes Material ever. So, bitte lass uns Essenspaket drin sein. Das wäre mega geil. Das sah jetzt gar nicht so verkehrt aus. Essen war jetzt nicht so viel. Aber interessant war es trotzdem. Und natürlich war da wieder kein Honig drin. Moin Cherry Fairy übrigens. Eben gesehen, dass du mit rein bist. Was hast du gesagt? Was hast du über meine Cousine gesagt? Jo. Jo, erstmal schön daneben gesemmelt. Du bleibst liegen. Nur weil meine Cousine mit jedem schläft. Heißt das nicht, dass die eine Hure ist. Kurze Junge. Ja, Honig ist leider sehr selten. Das ist echt nervig. Zieht gut matschig aus. Sehr gut. Ja, der ist, ähm... Der ist durch, könnte man sagen. Wir hatten einmal was zu essen. Zack. Wir hatten auch noch... Oh nein, ich habe das Fleisch drin gelassen. Na, hoffentlich verliere ich das jetzt nicht. Ich haue mir jetzt alle Maiskolben rein. Um das so ein bisschen... Versuchen zu überbrücken. Äh... Das lesen wir. Das packen wir zu Hause aus. Es gibt ein Buch, wo du Honig aus normalen Bäumen kriegst. Das wäre nice. Also das würde ich auch wirklich feiern. Ohne Scheiß. Jetzt hat er Durst und ich habe wieder nichts zu trinken mitgenommen. Ah, das läuft ja heute. Ich seh die dat. Blu? Ah! Natürlich holt der aus, die Drecksau. Naja. So, schnell die Mission. Dann ist Nacht. Mitnehmen. Achso, ich wollte nochmal eben... ...hin schon mal reparieren. Wenn wir jetzt da... ...gleich reingehen. ...in 150 Meter ist da, denn... ...ääh... ...ääh... ...ah... 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 eigentlich? Gut, zu Anfang ist das schwierig, weil man meist noch nicht so ein großes Inventar hat. Aber eigentlich versuche ich sogar immer, alles zu sammeln. Oh, ich habe nicht genug Ausdauer. Das ist nicht gut. Ach, guck an. Das ist unsere erste Base hier. Die Mission. Ach so, das hatten wir schon mal gelootet. Wie sieht das vorne aus? Auch. Okay, dann können wir die Mission ja annehmen. Um den Wassersammler zu bauen. So, Mission angenommen. Hat da gleich einer von oben? Ne. Oh, warte, 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 warte. Farbe. Wichtigste überhaupt, damit wir unsere... Verdammt des Drecks. Die Viecher hasse ich ja wie die Pest, ne? So, wir müssen ja eh säubern, ne? Ja. Boah. Ach, ich komme wieder die Treppe nicht hoch, weil ich keine Ausdauer habe. Alter, ich... Das kotzt mich an diesem Spiel an. So, ich fresse mir jetzt mal Dosenfutter rein eben. Zu trinken habe ich nichts dabei. Boah, ich könnte ein bisschen... Ein bisschen Säure trinken. Ist ja... Könnte man mal machen. So, ihr dürft rauskommen. Ich bin dann da. Ich bin da. Wer noch? Moin, Bruno. Du, dir kommt da was aus dem Hals. Das sieht ungesund aus, mein Junge. Ich bin da. Der Hausmeister sieht mittlerweile ganz schön zugestaubt aus, ne? Das Ding ist, es ist auch gleich 22 Uhr, dann kriege ich richtig auf die Fresse. Irgendwas zum Looten? Ne, dann gehen wir mal vorsichtig runter. Burning down the house. Da kommt bestimmt auch noch welche. Ja, arbeite dich mal durch, Kollege. Ich bin der Meinung, da kommen auch noch welche raus. Oh Gott. Einer. Oh, drei. Zurück zum Händler. Oh. Ich bin so voll schon wieder. Hier ist nicht so viel. Wir gucken noch mal in die Kiste rein hier gleich. Leer, leer, leer. Da noch nicht. Ja, viel zu essen haben wir jetzt nicht gefunden, ne? So, probieren wir mal schnell noch zum Händler zu kommen. Bevor der zu macht. Weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ja, sieht gut aus. Das scheint gut aus. Trader Wreck ist closing shortly. So finish your damn business or come back tomorrow. Ja, ja. If you're still alive. Blastersteine, Fertigungszeitschriften, Paket. Big Hitters, Magnum Verstrecker, Armut, Power Up. Ähm. Ohne Scheiß, ich nehme die Blastersteine. Ich brauche die gerade. Ach. Ich bin voll, ne? Vergiss es. Ich bin voll morgen wieder, wenn mein Inventar leer ist. Immer die Bücher auswählen. Ja. Hast du nicht unbedingt Unrecht. Aber will ich ja eigentlich gerade gar. Ich brauche ja den anderen Scheiß auch. Weißt du, wie ich meine? Wir sind ja auch noch nicht so gut aufgestellt, was, ähm, Dingens hier angeht. Ach komm, bevor ich die zur Base locke, haue ich ihr jetzt ein in die Fresse. Oder ihn. Was sammelst du dich dämlich? Bücher sind echt nicht so oft da, wie man denkt. Das ist natürlich doof, ne? Muss ich kurz mal warten, damit ich überhaupt die... ...treppe hochkomme? Steht das immer nicht. Sonst auch nie Probleme gehabt mit... ...ja, egal, egal. Oh. Ja, ich gucke gleich mal. Ich gucke gleich mal. Ähm. Komm, wir machen das schon mal zur Essenskiste. Das ist, glaube ich... ...alles, was mit Essen zu tun hat, erstmal da rein. Ein roter Tee, wofür ist denn der gut? Effektive Verdauung, Ausdauerwiederherstellung. Da wir Durst haben, saufen wir den gleich mal. Ähm. Freust dich, wenn du das siehst? Ich hab so das Gefühl, du verarscht mich. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber ich habe so das Gefühl, du verarscht mich. So, Säure mit rein. Zack, zack, zack. Das brauchen wir. Waffe mit rein. Also, Essen, haben wir gesagt. Können wir schon mal mit rüber nehmen. Das essen wir nicht. Ist hier noch irgendwas, was annähernd mit Essen und, naja, Essen-Feldarbeit zu tun hat? Da. Juckersamen. Ja, nehmen wir alles erstmal mit rüber, dass wir schon so ein bisschen Sortierung langsam reinkriegen. Ihr kennt das. Oder viele kennen das von mir. Alter, sonst, ähm, ähm, wer mein, ähm, na, sonst dreht mein Monk durch. Ich hätte so gern mitgespielt. Ey, wir können gern nochmal irgendwann, ähm, auch mit dir nochmal zusammenspielen. Das ist doch überhaupt kein Ding. Ähm, äh, Eier. Was war's? So. Ähm. So, wie war das? E gedrückt halt. Ah, die kann ich nicht abbauen? Das ist ja doof. Aber die, ne? Ja. You must empty the workstation. Entschuldige. Ist auch schon was drin? Achso, ja. Ach, guck mal. Was zu saufen haben wir hier auch? Die kann ich echt nicht aufnehmen? Oh, gut, dann kloppe ich die gleich auseinander. Ähm. Effektive Verdauung. So, wir gucken erstmal, bevor wir jetzt saufen, obwohl, einen können wir auf jeden Fall noch, ne? Voll werden wir sowieso nicht damit. So, ähm, Feuer. Wo stellen wir das denn erstmal auf? Hier so. Wo? Wo sind sie? Die Urks da schon. Die Challenge place campfire complete. Die hatte ich noch gar nicht. Auch geil. Dann ist es, äh, genauso wie das andere. Sieht anders aus. Ach, scheißegal. Ich hier schon wieder veranstalte, ist, es geht auf keine Kuhhaut, ey. Ja. Ja. Gucken, was wir davon wieder kriegen. Wahrscheinlich nicht sehr viel. Warte, unsicher. Kann ich sie unsicher aufnehmen? Ne. 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 Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Und dann geht das weiter. Ha. Ne, komm. 100 erstmal. 50 reichen jetzt mal. So. Fertig. Ja, ne. Das mit den Kisten aufwerten, ist jetzt auch geil, ey. Ich hab's jetzt noch nicht gemacht. Aber find ich eigentlich auch richtig mega. Ach, Frankl hat sich das hier so gemütlich gemacht. Mhm. Hab ich, ich weiß gar nicht, was ist denn, was ist denn das nächste? Ah, Eisen. Schon. Krass. Es ist schon Eisen. Oder. Und. Und. A. 2. Und. So